Ja, Dalo, mach mal Ansage, ne? Was? Wir sind schon live. Ja, wir sind schon live. Sag doch mal hier, mach doch mal. Oh, Unfisk macht hier schon direkt Action. Ja, herzlich willkommen CSGO. Gerade gab es einen dicken Anschluss wegen der Maus und CBD. Eier, was ist das Problem? Das ist jetzt auch in der Runde. Das ist der Buf, ey. A3. A3, A3. Und hier, Mitte 2, Mitte 2, Mitte 2. Also Anlauf A, hinter diesen Lila. Ja, schön. Habt ihr schon wieder versagt, da On-Spot jetzt, oder was? Ja, wo seid ihr denn? A3, wurde schon lange angesagt. Ja, A3, ey. Von einer halben Stunde, da liege ich. Ja, A4, Schiff versenkt. So, jetzt kommst du. Oh, du hast aber auch einen gekillt, ey. Ich hab den auch bezahlt, aber die abschließen nicht. Ach, wie hast du den denn weggelackt, ey? Nennst du wieder zu Hause? Wie, weggelackt, Alter? Deine Mutter leckt weg. Weggeleckt. Nennst du ihn wieder da? Ich hör den Spruch gar nicht mehr, ey. Cheat doch mal. Also, ey, Paul, wenn du mir würd' ich jetzt ja mal Henry einschießen, weil er dich ja einfach... Nein, jetzt lass uns das hier noch rum. Ich weiß auch gar nicht warum, ich hab das diesmal gar nicht gesagt mit der Maus-Entwirklichkeit. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn angeschossen. Lass uns aber bitte gewinnen, ey. Und dann hat er sich umgedreht und hat dich gesehen und hat gesagt, oh, hier, deine Fresse passt mir nicht. Oh, wir müssen jetzt abbiegen. Okay, da, Basti spielt doch wieder. Alles klar. Ey, wie viel Heddy muss ich denn mehr verpoolen, ey? Gibt's da? Ich bin froh, dass er eingesetzt hat. Dann mach ich den GIF-Animation raus mit allen vier Schüssen, dass das ewig im Loop ist. Ja, Basti hat's verkauft. Ja, habt ihr kein Geld, oder was? Ich nutze. Irgendwann ne Fade, ey. Ich war das nicht. Nee, überhaupt nicht. Was ist denn da los, ey? Ihr seid so Bauern, ey. B-O-W-E-R-N. Ja! Hast du kein Geld, oder was? Gingler Power Boys. Jetzt guck ich mir, ich geh mal hier schön in die Perspektive von Henry, ja. Quack. Gucken, ob der verzieht. Da, Luca, da muss ich eh nicht gucken, da läuft eh nix. Guck. Da laufen wieder Cheats. Zieh's dir rein, hier. Leider noch auf dem Spot. 101, ey, guck dir in die Base, da wo du grad herkommst. Er legt jetzt das Ei. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben nochmal geredet jetzt hier mit der Aktion, ne? Was denn, Basti? Ist das Basti? Wir haben drei mal an die selben Stelle in den Kopf geschossen. Du darfst nicht respawnen. Was ist da los? Das war ich gar nicht, Mann. Guck, Dalu ist weg. Was? 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 Wo gehen wir hin? A, B, A, B. Wer die Bombe? Das war auch ja so gut in einem euer Best-Ausruf, wie er zählt, der auf B steht und du rufst irgendwann. Einer von euch muss doch die Bombe legen, ey. Das war ein riesen Highlight. Oh, hier. Ja, die konnten diesmal bei euch. Die Bazaren heute. Alter. Ninja Power noch im Jubiläer. Links. Irgendeiner von euch bohrt, hat mich geflasht. Okay, was war's das für ihn? Das kann... Da liegt die Bombe. Ich hab ihn gerade gesehen, ey. Dann, man weiß. Ja, das ist derselbe Chopper, der bei Left 4 Dead auch nochmal wegfliegt. Hi. Get to the Chopper. Die sollen mal ja eigentlich fertig machen, ne? Die können ja nichts. Eigentlich schon, ja. Man muss sich gegenseitig immer aufschlitzen würden. Ja, hier, 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 hier kommt was. Hauptsache, er schießt da durch, oder was? Habt ihr das gesehen? Äh. Die schießen ja die ganze Zeit weg. Der Kill war aber nicht durchgegangen. Ne, weil ich weggegangen bin. Da, ich, ich, ich lag da links, da, 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 wo du jetzt bist. Links, da, jetzt links, links, dahinter saß ich. Und der schießt da durch. Wo wurde er erschossen? Von CT Base. Äh, von T Base. Und er hat dreimal mit der Piff da durchgeschossen. Hat er mich getroffen? Also, gekillt hat er dich? Ne, aber er hat mich getroffen. Zweimal. Ich hab gedacht, okay, beim ersten so, ja. Mal da durchschießen, auf gut Glück, ja. Aber ne zweite hinterher. Aber du hörst es ja. Also, wenn du, wenn du nah genug, also, wenn du nah genug dran hörst, hörst du ja, wenn du den triffst durch die Wand. Da hab ich das einfach nochmal versucht. Ich würd gern wissen, von wo er dann geschossen hat, damit das überhaupt geht. Die waren schon on spot sozusagen. Mach mal Ansage hier. Ich mach grad ne Ansage. Scheiße, ich hätte fast vier gehabt. Auf einem Schuss. Da sind wir auch hier am Truck Truck. Warten, jetzt links. Beide lila. Noch einer links. Er kommt rein, glaub ich. Ne, er haut ab mit ner Waffe. Links. Ach, schade. Grüß Gott. Geht unter Terroristen gewinnen. Shane. Oh Gott, ich hab jetzt ein Tier. Hey, da ist mal ein Blitzkrieg-Sticker drauf. Gott, ich hab da so viele Sticker auf den Scheißwaffen. Blitzkrieg und, äh, Chicken Strike. Blitzkrieg fing ich nicht gut. Doch, Blitzkrieg wollte ich nur drauf machen. Aber die waren teuer. Ähm. Äh, ist er wieder, weißt du. Krieg, Krieg, Krieg. Ist ja auf dem Kriegsspiel. Schießspiel. Baller. Schießspiel. Aber auch Killer. Killerspiel. Nur echte Killerspiel. Ah, frei. Nix da. Nix da. Nix da. Area clear. Area clear. I'm ready. Noch einer, jubel. Ach, komm, ey. Juwelier. Zwei. Ah, drei. Zwei. Gleis. Das ist ja nicht aufgeprallt, ey. Im Jube ist noch einer. Ja, zacka. Komm jetzt. Ja. Loll, Dalu, ey. Du bist so schlecht. Basic. Schlechtsrum ist einer. Er muss, ja, wenn du nicht. Links. Du musst jetzt auch mal ein bisschen gucken, wo die sind, ne? Auf zwei. Ja, ich hab mich auf eure Ansagen verlassen, oder? Ja, echt egal. Hier, viel zum tauchen. Ganz genau mit Pete, Robben, Fisk. Wir sind jetzt wieder betteln. Hast du dir jetzt eine der Geschmisse? Nein, nein. Die liegt doch in Reich, Mann. Nee, das war eigentlich meine. Das ist ja. I knew you can 3-1 soundwrap. Warte, wer flasht. A frei? Alter wer flasht. Ach, komm, ey. Behindert Spaghetti, Collins. The Ginger power. Mein Baby. Der trifft die ganze Zeit nichts, ne? Und dann auf einmal, ey. Auf einmal. Der ist ja die Planten schon, ja? Gleich. Ja, genau, mhm. Basic Dalu! Ja, ich wollte jetzt nicht deklassieren. Muss speichern. Hatte kein Geld oder was? Ich hab nichts gekauft. Du musst halt auch jetzt nicht wegwerfen, damit es nicht auffällt. Darfst du mich mitlegen? So, die gehen wieder B. B ist ein Highway. Das ist 3A. Ja, B wahrscheinlich. Ja, B wahrscheinlich. 2 Flash. 2 Flash B. Einer. Sehr gut. Noch 2 im Jubiläer. Glaube ich. Oder mehr. Ja! Und einer im Jubiläer. Der letzte. Kann einer da WP da mitbringen? Grün oder Lila bei euch? Oh Gott, nein! Ja, nicht auf diese. Alter Schwede. Von Chris Black hat ein Teamkameraden angegriffen. Ja. Getötet! Getötet! Hat er den! Das ist heute nicht das erste Mal, ne? Er hat mich vorher noch einmal gekillt. Er dreht langsam durch hier. Hassintensität zu hoch, weißt du? Blutrausch. Ja. Die Hassintensität. Die ist bei ihm ein Maximum. Das Hassband ist voll. A frei. Oh, bitte. Ah, wow. Fuck, so da viel. Throwing fire. Grenade out. Ich hab noch 15 HP. Was machst du mit einer Granate? Süd. Süd. Immer noch zwei in der Lille. Alter! Was? Kriegen wir es noch? Kriegen wir es noch, Leute? Kriegen wir es noch? Schönen wir jetzt aber. Schönen wir wieder so ein Maze. We are out of here. We are out of here. Du wirst es nicht schaffen. Da sind wir echt scheiße. B. Leute B ist Highway. Wenn wir auf B drauf sind, und wir nicht rechtzeitig da sind, dann ist es vorbei. Orange, wo geht's hin? Lass mich mal jetzt hier mit der AGP. Hier ist noch nichts drauf ne? Nö. Im Juve. Im Juve. Im Juve. Verschieben doch jetzt. Die gehen und machen das hin. Das sind doch reingekässelein. Ach komm ey. Jetzt können sie verschieben. Aber da ist ja noch einer drinnen. Alles voll. Da sind alle drinnen. Nochmal. Die sind da alle drinnen. Wie oft soll man das denn noch sagen? Der der rausgekommen ist, den hast du gekehnt. Jaja. Bei Falk dem Huhn so. Noch einer. Bombe ist da. Ach das sind scheiße. Lass, wenn der wirklich da drinnen, obwohl der kann von hinten kommen ne? Ja. Easy. Oh oh. Just the DC. Blablabla. Blablabla. Er kommt ja auch aus China. China man. Chinese. Der hat jetzt den Farmbord angemacht. Knullen, Knullen, Knullen. Knullen. Kommt wieder viel. Der hat es schon drauf. Einer. Oh jetzt. Jetzt gehts rund. Juve get up. Get up. Oh, das war. On-Spot noch direkt in der Kiste. Genau da. Der hätte mal der Zeus eigentlich schön fressen sollen. Ach, das war deine Zeus? Ja. Ich hab mich danach direkt umgedreht. Erstmal. Ist ja auch der beste Moment, um da jetzt mit dem Zeus rumzufuchteln, oder was? Ja, kurz, weil wir ja so dominieren, dass wir uns zusammen verlaufen. Ja, echt, ey. Report! Ja, nicht oder was? Für Zeus-Gedunser, trotz Niederlage, ja? Ja. Wieso Report jetzt? Weil wir jetzt einen Punkt mehr haben als die, oder was? Ja, weil wir zum ersten Mal führen. Muss Hacks sein. A, einer. Der Piff. Drei. Das wird A. Der Laden brennt erstmal. Hier, Lila, sag Bescheid auf jeden Fall, wenn du da weggehst, weil sonst erschießen sie mich direkt von da. Ich guck gerade in den Laden rein. Ah, okay. Ah, der vergeht, ey. 52 hat er gekriegt. Ah. Schön, schön, schön. 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 Geht. Geht. Guck dir nochmal raus. Irgendwie. Da ist er da geworden. Paul. Hä? Guck dir nochmal hin. Ist doch nix. Ja, dann verschieben die auf A, auf B. Nein, nein, dann bleibt mir noch. Ich bin da. Ah, hier ist nix mehr. Ja, wartet mal. Ich bin auf B. Ja, genau. Free on free. Alle drei B. Zwei im Juwe, ein auf dem Spot. Zwei auf dem Spot. Gernade. Bomb has been planned. Zwei auf dem Spot. Wir müssen drauf. Wir müssen drauf. Wir müssen drauf. Wir müssen drauf. Ich kann euch nur ein bissel versuchen hier Feuerschuld zu geben. Hinten links in der Ecke. Hinten links in der Ecke. Wo ist das Eis? Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Nice. Okay. Maaan. Hex. 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 Deutscher. Da lacht immer Menno. Jemand ohne Fahrschein? Ohne Waffe? So. Hardes Konzentrieren ist angesagt. Rage Grid. Aha. Huch. Huch. A ist frei. Sag doch der Typ hatte an. Das war der Typ der mich auch durch die Wand da angeschossen hat. Huch. 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 Ey guck mit der AWP da hin wo du gerade draußen hast willst whisk. Ey jetzt komm mit der AWP dahin wo du jetzt gerade draußen hauen willst wisk. Links da Wolf. Warum machst Du das denn? Wollst du die tasern? Ach was. Jubilier einer. Ja, ich guck auf Jubiläer. Jubiläer wurde gerade erschossen schon einer. Noch eine AWP. Ja, warte, warte, jetzt nicht da reingucken irgendwo. Oh Gott, ich krieg Angst, ey. AWP hat er. Nice! Alter Mann, alter Mann. Schön abgeräumt. Siehste, die Leute, die uns töten, die haben immer an. Das ist der Beweis. Ja, nochmal gesagt hier. Ja, so ist das. So, bis dahin. Unsere Kanäle abonnieren, auf elpster.de vorbeischauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Oder einen Daumen hoch. Bis dahin, tschüss. Tschüss.